Das sind die Nike Mercurial Superfly Club. Mit dem Nike Mercurial Superfly Club gibt es Fußballschuhe, die für euch gedacht sind, wenn ihr leichte Fußballschuhe mit besonders günstigem Preis sucht. Die Fußballschuhe zeichnen sich dadurch durch ein Synthetikmaterial aus und einen hohen Socken. Das Synthetikmaterial im Bereich des vorderen Frontbereichs, was komplett ringsherum erstreckt, ist ein robustes Synthetikmaterial, das eine leicht strukturierte Oberfläche hat, die zusätzlich für Ballkontrolle sorgen soll. Im hinteren Bereich kommt ein Socken zum Einsatz, der einen stabilen Halt bietet und so die Fußballschuhe und eure Füße zu einer Einheit verschmilzt. Im unteren Bereich kommt eine MG-Sole zum Einsatz. Die MG-Sole hat dabei den Vorteil, dass es eine leichte Speed-Sole ist, die trotzdem dafür gedacht ist, auf dem Rasen und auch auf dem Kunstrasen zu spielen. Das heißt, ihr könnt die Fußballschuhe auf beiden Untergründen tragen. Die Nike Mercurial Club sind besonders günstig, was an dem robusten Synthetik-Obermaterial liegt, das etwas härter ist wie das Material der anderen Schuhe, das heißt das Academy, und sorgt zudem dafür, dass die Schuhe eine längere Haltbackheit haben. Die Nike Mercurial sind leichte Fußballschuhe, die wie gesagt für dich gedacht sind, wenn du günstige Fußballschuhe mit geringem Gewicht suchst und hinten auf Stabilität im Bereich der Füße des Sockensopps suchst.